whatever Hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 65 oder 66 ich glaube 65 ihr seht es ja unten im Titel wir haben im letzten Part die Meisterliga geschafft und sind ans Ende des Let's Plays gekommen doch ich hab mir gedacht was passiert eigentlich nach weil eigentlich müsste ja gleich noch was kommen hoch das ist ja mein Vater was geht denn jetzt ab hm hey das ist ja Speed du hast uns ja schon lange nicht mehr besucht du siehst irgendwie stärker aus das ist zumindest mein Eindruck aber dein alter Herr gibt doch nicht auf oh ich hab hier etwas für dich das soll ich dir von Mr. Bragg geben Boatsticket erhalten Speedpack Boatsticket in die boah ist ich nicht im Taschen hm ein Ticket für eine Fähre ich weiß dass es in Craft Feedboard City und Sigrasulb City Anlegestellen für Fähren gibt ich muss jetzt wieder in die Arena von Blütenbox City ich danke dir dass du dich während meiner Abwesenheit um das Haus gekümmerst das ist irgendwie typisch dein Vater da kommt er das erste Mal nach ewigen Zeiten nach Hause und spricht nur über Pokémon er sollte sich lieber ausruhen und etwas hier bleiben sind das Sondernachrichten hier sind die Sondernachrichten wir haben die Meldungen erhalten dass in der Höhenregion ein grrrr farbiges Pokémon gesichtet wurde die Identität des Pokémon konnte bisher nicht festgestellt werden und damit schalten wir wieder um in unser laufendes Programm Speed hast du das gehört? das hat der Sprecher gesagt was hat der Sprecher gesagt? welche Farbe hat das Pokémon? ah jetzt können wir uns entscheiden rot für Latios oder Latias und blau für das andere ähm wir nehmen rot also ist das nicht unglaublich es gibt tatsächlich noch unbekannte Pokémon ja finde ich auch unglaublich na gut oh was geht denn hier ab? Professor Burke na Speed das war wirklich gute Arbeit ich wusste vom ersten Augenblick an dass du etwas besonderes bist aber das hätte ich selbst ich nicht erwartet ahja du hast noch noch den Pokédex den ich dir gegeben habe ich will dir etwas zeigen lass uns in mein Labor gehen nun Speed und Mike ich hatte euch gebeten mir bei meiner Pokémon Studie zu helfen dank eurer Hilfe kommen neue Fakten ans Tageslicht scheinbar sind in der Höhenregion auch Pokémon anderer Regionen ansässig das ist auch ein Beweis wie reich die Natur in Höhen ist daher ist es sinnvoll wenn ich eure Pokédex mit dem National Modus ausraste gebt mir mal eure Pokédexe die ich finde das total cool dass mein Pokédex auch verbessern wird dank dir Speed denn du hast so viele Pokémon gefangen hab ich vielleicht 20 wenns hochkommt Okay, fertig. Der Pokédex von Speed wurde mit dem Nationalen Modus ausgerüstet. Vergiss nicht, du bist der Champ. Aber deine Pokémon-Reise ist noch lange nicht zu Ende. Die Straße namens Pokémon findet niemals ein Ende. Irgendwo gibt es hohes Gras, das auf dich wartet. Na gut, auf geht's. Yay. Oh, wie ist das? Scott. Hallo Speed, ich bin Scott. Ich bin auf der MS Tide auf See. Zu sein ist einfach großartig. Übrigens, ich würde dich gerne an einem bestimmten Ort einladen. Wenn du interessiert bist, dann nimm entweder in Grafitport oder in Seekrassolp die Fähre. Alles weitere besprechen wir, wenn wir uns an Bord treffen. Bis dann. Klick, klick. Hallo, möchtest du mit der Fähre fahren? Zeigst du mir bitte dein Ticket? Speed zückt das Ticket. Befekt. Damit kannst du an Bord. Wo soll die Reise hingehen? Da ist der Seekrassolp-City. Na, Seekrassolp-City? Yo. Bitte komm an Bord. Wir legen bald ab. Voll das Minischiff. Irgendwie. Vergleich. Hallo, Speed, Speed. Irgendwas Großes wird passieren. Daher habe ich es eilig. Aber ich habe mich gefreut, dich zu treffen. Herzlichen Glückwunsch, Champ der Pokémon Liga. Jemand wie dich würde ich gerne einladen. Es gibt da einen besonderen Ort. Und zwar die Kampfzone. Was das für ein Ort ist? Schau ihn dir einfach an. Ich habe mich bereits mit dem Kapitän darüber unterhalten. Nächstes Mal, wenn du die Fähre nimmst, kannst du zur Kampfzone fahren. Okay, Speed. Ich erwarte dich also in der Kampfzone. Die Fähre ist so konstruiert, dass sie auch durch starke Strömungen fahren kann. Wir hoffen, du genießt die Reise mit uns. Schau dich ruhig ein wenig auf dem Schiff um. Hier können wir ein bisschen trainieren. Schmeißen wir mal so einen Päcksel in den Kampf. Oh, ein Doppelkampf. Da ist nämlich doch gern mit. Wie braver. Ich fühle mich etwas albern. Aber die Liebe gibt mir Kraft. Na, dann bin ich mal gespannt. Was hast du zu zeigen? Oh, doch, es ist ein wirklich ein Doppelkampf. Liebeskurs und der andere. Nee, auch Liebeskurs. Beide Level 45 brauchen. Das ist happig. So. Erdbeben. Müsste super sein. Und. Feuer oder. Anziehung. Es war so klar. Das war Angriffssing, ne, oder? Ich kann nicht angreifen. Hat sich verliebt genommen. Hat sich verliebt. Bitterkuss. Ja, gut. Geht daneben. Ich darf, war Liebe. Nagel. Das macht auch Spaß. Poli-Chick. Boah. Ich mache aber gut damage. Bitterkuss. Wird ja geil. Immer schön auf meinen Sumpex drauf. Komm. Komm Sumpex. Ja, hat sich verliebt. Bleib jetzt, greif an. Ich darf, war Liebe. Boah. Ich muss Sumpex austauschen. Das geht ja gar nicht. Na, ich muss weiter Erdbeben machen. Feuer, oder? Was macht der andere? Dresch pflegen. Oh, das ist auch noch eine Attacke, die ich noch kenne. Von Pokémon Kristall. Von. Äh, Schlag mich tot. Von, wie heißt das? Don fahren. Und die Weiterentwicklung hat das oft genutzt. Gut. So lange sie, äh, Sumpex angreifen, juckt mich das alles nicht. Das eine Libiskus ist jetzt, glaube ich, kaputt. Durch den Feuerholz. Starr, war Liebe. So, kaputt. Erdbeben, Feuer, oder? Bodycheck. Wurde vom Rückschuss getroffen. Und jetzt, Sumpex, komm schon, Erdbeben. Ach, in das hat sich das verliebt? Scheiße. Ich bin falsch angegriffen. Na ja, gut. Dann steckt Sumpex halt nur ein. Das ist mir auch relativ Latte. Yes, es ist jetzt... Oh, oh, und? Yes, es ist jetzt Erdbeben ein. Bravo wird nicht getroffen durch Schwebe. Wunderbar. So gehört sich das. Obo! Wir gewinnen 2.880. Toll. da hat irgendjemand was hat der denn für ein item dabei pudersand der hat dieses wasserzeug dabei was haben wir denn her da kommen wir mal den beinemann überdrang sind wieder fit weil die verschwendung eigentlich von übertränken so wenig kp-verlust überdrang zu geben dann nehmen wir mal raiquaza das item ab dem geben und geben das mal brava ich habe jetzt nämlich vor wie brava ein bisschen zu trainieren da ich gern dass die weiterentwicklung haben möchte auf geht's komm her du kommst gerade rechtzeitig ich langweile mich schrecklich du musst mich jetzt unterhalten ich bin gespannt was du drauf hast komm schon zeig mir was du drauf hast ach zu mir das ist mich das ist mies das ist mies feuer oder ich bin nämlich glaube ich bodenpokémon oder eigentlich ist er noch immer noch bodenpokémon das geht ich mach ihm kein damage das ist eher das problem es regnet jetzt kommt schaufler hau weg hau weg azumera soft ne ich muss die brava ausschauen ja kaputt war mir klar kommt voltenso regt voltenso halt die ep schockwelle und kaputt was das ist noch nicht kaputt walzer ja gut erste attacke von walzer ist nicht so dramatisch donna blitz jetzt ja gut yes das ist sehr effektiv yo level 36 voltenso das reicht ich hab ja noch genug leber das ist alles nicht so dramatisch ich denke nicht mehr ganz so viel who cares wen interessiert was haben wir hier eigentlich haben wir noch einen typen komm mal ran jetzt hier sind deine freunde stark finde er ist raus dem du gegen mich verlierst voltenso volle 44 ah alter 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 schaufler what hat er mich einfach gebissen unglaublich das ist sehr effektiv das ist sehr effektiv ah jetzt wechselt der mich aus der dricksack uuuuuh genau den falschen eingewechselt psychogeneser und kaputt ja hast den falschen eingewechselt zum salat glaube ich möchte ich egal komm wie braver theoretisch dürfte mich mit knirscher nicht kaputt machen weil er mir jetzt 37 leben abgezogen hat kapier aufgezogen hat eigentlich dürfte er mich nicht mit knirscher kaputt machen also kann ich noch mal schaufeln jetzt trifft er mich sowieso nicht ja mal schaufler ah jetzt trifft er mich mit puller nicht auch gut funksprung trifft er auch nicht wunderbar warm Junge noch einmal schaufeln und dann ist er weg ja paralysiert hin oder her babbel ab oh kein Arsch bis jo sauber jetzt noch mal schaufeln ja komm grebt sich ein setz funkensprung ein geht daneben grebt sich aus na ist paralysiert geil pokémon ah würde ich gern mal wechseln gegen seo sind wenigstens gegner die meine anderen pokémon schaffen broschrakwaser eigentlich nicht puller jaben klasse ach sind wir leider ein alter freund wieder psychogenese und tschüss so einfach geht das jetzt gib mir dein ganzes geld komm 7040 können wir noch ein bisschen sparen so hypertrank da haben wir ein bisschen was auf reserve für und weiß ich wir haben doch hier noch paar heiler oder ne krass denn hier bitteschön auf geht's weiter kämpfst du auch oder eher nicht so schau dir ruhig die anderen kabinen an trainer langweilen sich auf der überfahrt und werden sie sich gerne mit dir gerne kämpfen ah mr breck willkommen an board speed ich bin jetzt der captain der ms tight du kannst mich ab sofort captain breck nennen ich war zwar schon in rente gegangen aber als ich dieses majestätische schiff gesehen habe lass ich mich so sagen lass lass es mich so sagen es weckte die schlafende seele des seemanns in mir cool captain breck na du ich segle auf ich liebe es an wettbewerben teilzunehmen ja jetzt gebe ich dir auch mal ein wettbewerb siege mich oder geh sterben oha du heilige muttergottes oh level 22 ich bin level 22 ich kann gar nix zack weg so der nächste bitte an echo ich will nicht wachsen warum auch jetzt kommt er direkt mit seinem stärksten wett ja level 36 oh wunderbar paralysiert traum du machst jetzt nix oder vitalglocke ein klöckchen läutet lol sind wäre füllt kapitel aber statt das probleme gehen weg bei dem klöckchen cool level 37 weiter geht's nein nicht wechseln die brava muss trainiert werden damit level 40 feuer oder und paralysiert das macht er jetzt paralysiert da macht er ja nix dann macht er sinnelbeere hat er jedem seinen pokémon sinnelbeere gegeben oder was nirscher weg ja volleräufer wunderbar und zeig ich mal was wir jetzt hören in der großrost level na zwölf ernsthaft denn fucking ernst kaputt hat er nichts höheres als 40 das wäre ein bisschen blammer das war ein 10er bereich im 20er bereich im 30er bereich im 40er bereich war jetzt in der neck oder weil was kommt jetzt ah nur level 30 na gut knoscher kaputt ein traum wie brava ein traum alter soma eneco jetzt kommt die weiterentwicklung auf welchem level wahrscheinlich 44 oder ne 42 ah das ist schon hab ich ja am arsch tut mir das leh vitalklocke bringt das ja gar nix du hast nämlich gar keine stars feuer oder kann ja nichts anderes außer diese vitalklocke oder was das bringt in eko eigentlich zuschuss das findet ein na gut mhm was hat das jetzt gebracht wenn ich fragen darf irgendwie gar nix ne oder jetzt im folgenden war komm schon vitalklocke in stadt dass er mich einfach angreift ne ne er ist die ki er muss so Mist machen so kaputt 1242 ep das war ne menge das war ein wunderbarer kampf 6720 money money gekriegt was haben wir denn hier noch da sitzt noch ne junge dame oh du bist so ein wunderbarer trainer möchtest du eine tasse t ja aber erst in der nächsten folge von pokémon's markt bis dahin macht's gut tschau 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 tschau